Das ist unsere neue RC-Pro Skischuhlinie. Der RC-Pro zeichnet sich aus, vor allem durch die hervorragende Passform beim ersten Reinschlüpfen. Vor allem im Fersenbereich war uns wichtig, dass man beim Schliefern nicht nach oben rutscht, deshalb haben wir die Ferse kompakt gehalten, ohne dass sie irgendwelche Druckstellen erzeugen. Im Vorfußbereich haben wir den Platz etwas großzügiger gestaltet, damit die Zehen ein bisschen Spiel haben, damit die Füße warm bleiben während dem Skifahren. Ebenfalls etwas mehr im Ristbereich Platz, so dass die Leute, die einfach einen etwas höheren Rist haben, auch genug Platz haben in den Schuhen. Ganz wichtig bei der Entwicklung dieses Skischuhe war der Performance-Gedanke. Wir wollten einen Skischuh entwickeln, der sowohl für den Genuss Skifahrer sehr gut geeignet ist, aber auch nach oben hin große Reserven bietet. Also auch geschnittene Radien mit sportlichem Tempo sind mit dem RC-Pro überhaupt kein Wohl. Neben der besonderen Schalengeometrie haben wir sehr viel Wert auf die Entwicklung des Innenschuhs gelegt. Das Ergebnis ist der neuartige sogenannte AF-Z-Liner, Active Fit Zone Liner. Der AF-Z-Liner ist im Bereich des Sprunggelenks, aber auch im Bereich des Kahnbeins bereits vorgeformt, so dass auch der Innenschuh auf Anhieb sehr gut passt. Der Innenschuh zeichnet sich zudem durch die unterschiedlichen Zonen aus. Zum einen ganz wichtig die Comfort Zone im Vorfußbereich, damit hier kein Druck entsteht, sondern sich immer ganz individuell an die Fußform anpasst. Dann haben wir die sogenannten Active Zones, die aktiv die Bewegung beim Skifahren mitgehen und bei einigen sehr sportlichen Modellen die sogenannte Power Zone, die nochmal durch eine zusätzliche Verstärkung eine sehr kompakte Passform ermöglicht. Optional ausstatten könnt ihr jeden RC-Pro Skischuh mit diesen G-Sohlen. Diese G-Sohlen ermöglichen durch den Radius, der hier vorne eingebracht ist, eine deutlich bessere G-Performance wie klassische Alpinsohlen. Diese Walk-Soles könnt ihr an jeden RC-Pro Skischuh anbringen. Einfach die klassische Alpinsohle runter, die neuen Walk-Soles drauf und schon habt ihr Skischuhe mit einer deutlich verbesserten Gehfähigkeit und verliert trotzdem nichts an eurer Skifahr-Performance. Wer schon immer einen Skischuh gesucht hat, der auf Anni perfekt passt und dazu noch eine Top-Fahr-Performance bietet, der kommt an unserer RC-Pro Linie nicht vorbei. Untertitelung vom NDR 2016 Subtitelung von ZDF